Aaaaaaah 2012 Ja man, 2012, die Winterzeit war das Ich kam mit vier weiteren Familien hier hergefahren In einem Sprintang Als ich dachte, dass ich es geschafft habe, aus dem Drecksloch rauszukommen Bin ich schon offenbar angekommen Erst dann wurde mir klar, dass ich mich immer noch in einem Drecksloch befinde Ich bin in die Schule gegangen, wurde aber ausgelacht und gemobbt Weil ich die Sprache nicht kannte Ich bin in die Schule gegangen, ich bin in die Zimmer, ich schlafe, sie leiden die gar Fick deine Mutter, weil ich Appetit habe, weil mir zeigte die Straße, weil sie mich im Gefallen hat Du kleiner Pisch, weißt du, was ein Gefühl das ist Wenn von zu Hause etwas fehlt und deine Mutter denkt an dich Fick die Schule, nur die Straße kann mein Leder sein Fick die Essen, bleib mir nur die Straße kann mich ein Fick die Schule, nur die Straße kann mein Leder sein Fick die Essen, bleib mir nur die Straße kann mich hoch Mufasa Offenbar Der erste Bulgarische Zeit, Jesus Ich seh die Erstklassische und vor mein Auge Egal was sie sagen, lass sie reden, lass sie blasen Ich bin am Machen, mit Sachen, abrat mir Und damit weißt, ich kann nicht mein Dach nicht mehr Ich bin am Machen, mit Sachen, bin ja Don kilometers anecdote, darüber Papa Maria Ich wurde mir nichtlide, versuch der Und ich sage sagten, jeder ребята schweших, mit dem käancen Ja, dieser Todos schauen zu uns.... Ich mein mans am Zug auf. Jeder fragen mich an, quando ich zu einemов arrive. Viele Garrett fragen mich an ges辦... Ich bin aber jetzt hier, es gibt ich nicht zu uns. sich gehen... Wo werde ich? Ich komm mit Party, durch das Räder, Rino, Caio Viertes Dunkelweich, durch die Rote im Weißen Lampo Frankfurt, juggelt keine Sakkos Abdu zieht die Schuhe von der Capri, so ne Packung Ich, 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 ich schick mal Burgers, wenn ich weg in den Tresor Bis zu reden gibt's die Schell, du kennst du Mehr vor die Pulme, schnell hol mal Flero Was ich, wenn der Dinger trägt, Jiju mit Lido Hey, die Batko, let's go Jetzt hab ich angefangen zu röppen, da kam die Nase Was für die Plätze, der Lucky war und ihre Basse Was, der hat sie bei drei Tage lang nicht zu Hause Das, Ratata, ich komm aus Offenbach, mein Bratat Ratata, es geht um Eros, Levan, Paras Ratata, der Bulgarisch spricht mit Satan Ich werde dich, die Jube, nach Patze Der Komitee, da du, um Bratze Der hat den Darikat für um Füße, vor der Puzze, Straße Nur der erste Bratache Das Video ist dedikatet zu alle Leute, die sind nach Deutschland gekommen, ein besseres Leben zu suchen Und leider hat das Land keine Möglichkeit gegeben, zu diesen jungen Menschen eine bessere Zukunft zu kriegen Noch dazu In Offenbach wurden sehr viele bulgarische und rumänische Menschen aus rassistischen Gründen ermordet worden Ich hoffe, ihr habt ja jetzt diese kleine Junge richtig verstanden So sind wir die Bulgare Jetzt irgendwann wieder vom Urlaub